Japan zählt zu den erdbebenreichsten Ländern der Welt. Trotzdem wimmelt es in der Millionenmetropole Tokio nur so vor Hochhäusern und Wolkenkratzern. Eines der markantesten, der Skytree, mit 634 Metern sogar das dritthöchste Gebäude der Welt. Aber wie bereiten sich die Japaner auf Erdbeben vor? Und wie schaffen sie es Häuser zu bauen, die trotzdem stehen bleiben? Um die Bevölkerung auf den Ernstfall vorzubereiten, gibt es Katastrophen-Testcenter. Hier kann man zum Beispiel Erdbebenszenarien durchleben. Im Life Safety Learning Center der Feuerwehr von Tokio ist unsere Reporterin Nagisa mit Shinji Kitamura verabredet. In dieser Einrichtung sollen sich die Leute Wissen und Fähigkeiten für den Notfall aneignen. Das Wichtigste bei einem Erdbeben ist, dass man sich nicht verletzt. Denn wenn man verletzt ist, kann man sich ja auch nicht mehr in Sicherheit bringen. Dafür werden den Besuchern unterschiedliche Szenarien angeboten. Das Life Safety Learning Center verfügt sogar über eine Sturmabteilung. Hier kann man erleben, wie es ist, wenn man schutzlos in einem starken Taifun unterwegs ist. Ich glaube, ich war noch nie so gut eingepackt in Plastik. Und es ist hier so warm und feucht wie in so einer Sauna oder so einem Hamam irgendwie. Also ich bin sehr gespannt. Mit 30 kmh peitschen Nagisa Regen und Wind entgegen. Nicht wirklich angenehm. Das war eigentlich so, als ob ich mein Gesicht in den Duschkorb so reinhalten würde. Ganz zentral im Life Safety Learning Center ist jedoch dieser Raum. Die Plattform kann hier verschiedene Bewegungsmuster echter Erdbeben aus der Vergangenheit reproduzieren. Wenn es ein Erdbeben gibt, die Käferpose einnehmen. Sich also hinsetzen und den Kopf schützen. Wenn man einen Tisch in der Nähe hat, in die Affenpose gehen. Die Tischbeine dazu festhalten und Kopf und Körper damit schützen. Kitamura und sein Kollege simulieren für uns das Erdbeben von 2016. Damals wurde der Süden Japans rund um die Stadt Kumamoto mit einer Stärke von bis zu 7,3 erschüttert. Von Weitem sieht das simulierte Erdbeben gar nicht so stark aus. Aber unsere Reporterin Nagisa kann gar nicht anders, als sich möglichst klein zusammenzukauen. Ich glaube, ich verstehe, warum es so wichtig ist, dass man es verinnerlicht, wie man sich bei einem Erdbeben verhält. Wenn es dann so plötzlich kommt, muss man automatisch wissen, was man tun soll. Und genau darum geht es auch. Übungen dieser Art werden in Schulen, aber auch innerhalb von Unternehmen regelmäßig durchgeführt. Denn auch wenn es ein offizielles Warnsystem gibt, viel Zeit bleibt im Falle eines Erdbebens nicht. Es gibt nicht immer vor jedem Erdbeben eine Warnung. Und selbst wenn es eine Warnung gibt, passiert das nicht immer eine Minute im Voraus. Manchmal haben wir nur Sekunden. In Kaufhäusern gibt es ganze Abteilungen mit Dingen, mit denen man sich für den Ernstfall vorbereiten kann. Von extra lang haltbarem Tütenessen hin zu Notfall-Sets mit Verbandszeug und Schutzhandschuhen. Manche Ausführung überrascht uns allerdings auch. Das ist so ein bisschen das Luxus-Set, habe ich das Gefühl. Weil die typisch japanischen Sets sind auch Mantroffeln mit dabei. Und es gibt noch mehr Ideen. Handschuhe mit integriertem Shampoo zum Haare waschen. Portable Waschmaschinen und ungewöhnliche Toilettenlösungen. Wie hier, mit einer Unterlage als Ersatztoilette und einem Beutel zum Überziehen als Sichtschutz. Wir haben sich wirklich für jede Problemsituation eine Lösung überlegt. Ich würde jetzt auch sagen, das sind jetzt nicht nur so die ganz rudimentären Produkte, die man brauchen würde im Notfall, sondern es kann einem auch noch so ein bisschen Normalität, glaube ich, geben. Eine zentrale Rolle spielen natürlich architektonische Schutzmaßnahmen. Beim Skytree hat man sich an der Bauweise antiker Pagoden orientiert. Die haben sich als stabil erwiesen, weil sie in der Mitte eine zusätzliche Säule haben. Bei einem Erdbeben schwingt die Säule unabhängig von der äußeren Gebäudestruktur. Durch die entgegengesetzten Bewegungen können sich die Gebäudeteile sogar gegenseitig abbremsen. Um neue Ideen für noch erdbebensicherere Gebäude zu testen, gibt es zudem eine ganz besondere Einrichtung in der Nähe von Kobe, im Westen Japans. Willkommen bei E-Defense, der größten Rüttelplatte der Welt. Erbaut wurde das Erdbebentestzentrum E-Defense nach dem großen Hyogo-Erdbeben von 1995. In der Folge gab es ein Umdenken über die Art und Weise, wie Gebäude erdbebensicherer gestaltet werden können. Das stabile, feste Bauwerk ist nicht notwendigerweise sicherer, weil es schwer ist. Das flexiblere Gebäude reduziert zwar die Schwingung und Geschwindigkeit, muss aber auch viel Energie ableiten. Fassaden oder Glaswände können kaputt gehen. Eigentlich muss man die seismische Energie kontrollieren. Um zu verstehen, wie man die seismische Energie besser ausgleichen kann, bringen die Forscher hier bis zu fünf Stockwerke hohe Gebäude zum Beben. Dabei geht es nicht nur um architektonische Fragestellungen, sondern auch um die Inneneinrichtung. Denn in Krankenhäusern ist es essentiell, dass die Geräte ununterbrochen laufen können und dementsprechend gesichert sind. Toru Takeuchi und Jun Fujiwara haben ein ganz besonderes Experiment vor. Die Replik einer Schulturnhalle soll erschüttert werden. Turnhallen spielen eine wichtige Rolle, weil sie nach einem Erdbeben als Evakuierungsräume genutzt werden. Daher müssen sie besonders sicher konstruiert sein. Toru und Jun wollen Dämpfer im Dach der Turnhalle testen. Sie sollen die Schwingungen der Turnhallendecke abfedern. Bewegt wird die Turnhalle von riesigen hydraulischen Kolben, die sich unterhalb und seitlich der Rüttelplatte befinden. Zehn Kolben bewegen die Platte in der horizontalen und 14 Kolben in der vertikalen. Bis zu 1200 Tonnen kann die Platte bewegen. Jedes Experiment ist ein kleines Event, nicht nur für die Medien, sondern auch für die Angestellten. Das Experiment muss ja sicher ablaufen. Und auch die Ergebnisse müssen exakt und nachvollziehbar sein. Da kann man vorher schon schlecht schlafen. Toru und Jun begleiten das Experiment vom Kontrollraum aus. Für ihre Forschung sind die Testläufe von entscheidender Bedeutung. Eine Computersimulation ist virtuell. Wir haben uns das ausgedacht. Aber ein Experiment ist wie eine Nachricht von Gott. Wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie von uns erwartet, ist das neues Wissen. Etwa 30 Sekunden dauert ein Beben. Elf Durchläufe gibt es heute. Der Dämpfer am Dach erweist sich als sehr stabilisierende Konstruktion. Erst als die Ingenieure im letzten Durchlauf die Erschütterungsstärke nochmal steigern, bricht das Dach. Für die Forscher ein Erfolg. Die grösste und wichtigste Errungenschaft von E-Defense ist nicht nur, dass wir in Realzeit und Realgröße untersuchen können, wie Bauwerke einstürzen. Sondern auch, dass das der Öffentlichkeit, den Menschen demonstriert wird. Damit sie verstehen, dass höhere Kosten für zusätzliche Sicherheit nicht zu hoch sind. Sie können so verstehen, dass es das wert ist. Simulieren, testen, üben. Mit immer neuen Ideen hat das Land den Erdbebenschutz bereits weit vorangetrieben. Leider bleibt Vorbereitung die einzige Vorkehrung, die man treffen kann. Denn Vorhersagen lassen sich Erdbeben weiterhin nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.